ach der loot ist egal leute der scheiß der hund drauf ja scheiß der hund auf den gut ja 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 jetzt gucken wir mal kurz was hier o sich dann sau braking Okay. Ich bin schon mal gespannt. 83, 73, 68, okay, gucken wir mal was mit PK trinkst du, 76, 72, oh gut, tolle Teile, tolle Teile. Okay, ich geh schon Dollar kaufen, ich geh schon Dollar kaufen, ist ja okay. Ich geh schon Dollar. Okay, ich geh schon Dollar. Holy shit, hat der mir gerade ein vor den Kanister geballert. Mann, Mann, Mann. Das hat ganz schön geklingelt. Das hat ganz schön geklingelt. Die waren alle so unglaublich krass, die ganzen Scaps. Also das war gerade sehr, sehr kurios. Ich werde euch mittlerweile mit dem FixFight System arrangieren. Hier ist es jetzt gerade mittlerweile, also mir ist es mittlerweile eigentlich egal. Ich merke das nicht mehr. Ja, er hat es gewollt, dass Bt drin ist. Ja, ja. Ja, ja. Das ist gewollt. Das war alles. Ja. Na dann mal los. Ja. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ah, Weapon-Parts. Hm. Hm, Taschenlampen. Ja. Das gute Zeug. Das ist, was so wichtig ist. Weapon-Parts. Tank-Batteries. Hm, davon hatten wir heute zum Glück noch nicht viele. So, ungefähr 10 pro. By the way, stand der Fuel in der Enge. Boah, das könnte mir nichts egaler sein. Ne. Ich hab alles gefunden mittlerweile. Alles. Ich hab mich jetzt nicht gewundert, hätte ich mittlerweile schon Ledex oder sowas gefunden. So, Joe. Ich hab mich noch nicht gewundert. ja ich suche immer noch shells die eine immer noch die eine mittlerweile haben wir glaube ich sogar schon den kieber zusammengefahren mit dem ich denke hier von dem konserven ressourcen was ich meine das auch nichts mehr drauf Alter, das musst du dir mal überlegen, Chad. Das musst du dir mal überlegen, wie viel wir heute durchsucht haben. Also nur heute. Überleg dir das mal, wie gering die Wahrscheinlichkeit ist, dass das Scheißding irgendwo spawnt. Das war's für heute. Das war's für heute. ich hab's doch aus leute das kannst du nicht vorstellen was auch von morgen machen wir den scheiß stream an machen eine runde und in gleich fünf oder so ein dreck oder ein rastiger aus das ist schon auf das wirklich ausverschämt und und Untertitelung des ZDF, 2020 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 ich freue mich von meinen games solid hey john freue mich von meinen computerspielen glücklicherweise dieser moment der verzweiflung so 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 Das ist die S-B-A-D-A-W. ich habe mir im moment gebracht wir nehmen viel mitgebracht kein problem guckt ja jeder nach oft das schreibe ich heute ohne scheiß das schreibe ich heute wirklich ins discord und frage ob sie das geändert haben weil er das kann doch bitte nicht wahr oder suchst du gott wer weiß wie viel ich dafür back ganz scheiße ich heute durchgeguckt panischer das hat mit panischer nichts zu tun die liegen bei dem panzen auf reserve normalerweise normalerweise so 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 wenn man den schon durch sucht dann ist man richtig verzweifelt dann ist man richtig verzweifelt wenn man da schon reinguckt so 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 das stimmt hier oben war ich ja schon einmal eine runde rum ich habe keine ahnung nido ich habe aber kein bock auf da unten aber oben hast du mehr sparen punkte dafür als sie nicht ausdenken die 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 Bis zum nächsten Mal.